Einen wunderschönen guten Termin und Ads Willkommen zu einer neuen Folge von Neva. Okay, ich wollte eigentlich immer gucken was passiert aber Okay, äh Gut, was ist wenn ich, ja jetzt geht es wieder runter oder was passiert Ja, ne, das funktioniert nicht, ähm Wie krieg ich das denn am besten? Ja, shit Nein, jetzt seid ihr verkackt Ach, scheiße Kann ich nochmal warten Go again So hoch Okay Ich glaub ich hab's Yes Got it Und hoch Und hoch mit dir Mädchen Hoch hinaus Schöne Haus Ey, ist das denn? Jetzt muss ich mich beeilen, na Na komm Das wär nicht gut, wenn die mich erwischt So Also ich denke mal, wenn mich diese schwarze Brühe erwischt, dann bin ich wahrscheinlich die Mause Aber mich würde generell also noch was ganz anderes interessieren, zwar wie heißt eigentlich die Kollegin hier Das wär noch gut zu wissen Das wär schön wie auch Neva mir den Weg zeigt Ja, jetzt muss ich hier durch, genau Ja Und weiter mit dir Wie hoch nach oben möchten wir eigentlich noch gehen, also was kommt da oben? Ist da oben überhaupt etwas? Einmal mehr Fragen über Fragen Gibt nur eine Antwort darauf Finden wir es raus Oh shit Herbst Teil 1 abgeschlossen Okay Ja Ja, jetzt ist tatsächlich noch mehr verdorben Wir wissen aber jetzt wahrscheinlich auch gegen wen der Endbossfight sein wird Gegen dieses komische Dings da Ja, es sieht grauenhaft aus Schrecklich Das Schlimme ist So sieht es auch an vielen Orten dieser Welt aus Leider Oh Gott Ja, du kannst ihm nicht helfen, Neva Der Zug ist abgefahren Guck mal, das große Wildschwein da hinten Jesus Ah Ja Ja, was ist los? Ja, was ist? Ja, aber Was willst du denn? Also Hä? Müssen wir nochmal zurückgehen? Ne, geht nicht Ich kann den hier nicht erledigen Ich kann den hier nicht erledigen Aber Okay Also das Streicheln war die Lösung Perfekt Ah ne, drei Schläge brauchte Okay Got it Wie viele von den Dingern hier sind Oh geez Die können auch noch Okay Besitz ergreifen von den Tieren Ja, das ist Grotesk Ja, was ist los, Neva? Ja, ich weiß Es ist traurig Was wollen wir machen? Wir können nichts machen Mein kleiner Pelziger Freund Leider nicht Leider, leider, leider Können wir hier nichts machen Aber er hat überlebt Ja, Neva Du musst nicht immer stehen bleiben Ich laufe Ich hab zu tun Wir haben zu tun Besser gesagt Okay Ah, ich kann das benutzen Als Plattform Okay Oh Gott Nee, weg da Oh, sehr gut, Neva Ich übernehme den hier Du gehst sicher nicht in das Wildschwein rein Vergiss es Noch einer Scheiße Unangenehm Ja Wäre der Letzte gewesen Können wir gehen, oder? Ja, wir können nicht Länger trauern Also es ist Muss sein Aber es bringt uns In dem Fall Nur eine Sache Und das ist Zeitverlust Den können wir nicht brauchen Wenn wir hier die Welt retten möchten Scheiße Hä? Keinerweise sieht man gar nicht richtig Wo man hin muss Oh Gott Bis die mich nicht angreifen Ah, Shit Nicht gesehen Sorry Ne, warte mal Aha Sehr gut Ein Checkpoint Sehr gut Würde ich nur sagen Haben wir es für heute Also ich danke fürs Zuschauen Ah, einen schönen Tag Macht's gut, meine Lieben Tschüss